Hallo, schönen guten Abend. Bei mir ist es jetzt Abend. Ich weiß nicht, wie spät es jetzt bei euch ist. Jedenfalls, ich habe mir überlegt, ich mache mal zwischendurch ein paar kleine Videos, wo es darum geht, was ich in meiner Kindheit gerne an Feuerwerksartikeln gezündet habe. Sprich also Klasse 1, heute ist es Kategorie F1. Klasse 1. Beginnen möchte ich mal mit einem meiner Lieblingsartikel, die ich heute immer noch sehr toll finde. Und zwar sind das Bodenwirbel. In diesem Fall haben wir hier Wilde Hummel von Moog Niko. Gibt es heute auch noch, nur noch unter dem Namen Wilde Hummel von Niko. Das hier ist das alte Warenzeichen, unter dem vertrieben wurde. Hier oben noch Verband Pyrotechnische Industrie, das alte Logo zu sehen. Mehrere Sprachen, schriftet hier noch einmal. Es war schon der grüne Punkt drauf, also müsste es auf jeden Fall 90er Jahre gewesen sein, dieser Artikel. Alte BAM P1 Nummer, Klasse 1, FKW Keller, Importeur. NEM stand damals noch nicht drauf. Hier steht ein Gesamtgewicht von 30 Gramm. Hier steht noch einmal 1204,92. Ihr könnt mir meine Kommentare schreiben, ob ihr da was zu wisst, ob das jetzt das Prüfungsjahr ist oder ein Produktionsjahr. Ich weiß es nicht. Ich habe von diesen Schachteln einige bekommen. Und diese eine werde ich mal für euch öffnen. Ich finde das eigentlich sehr, sehr edel, dass die eingeschweißt sind. Sehr interessant. Ich werde jetzt eine mal aufmachen. Ganz einfach gehalten, das Papier. Kein Klebestreifen drum. Oh, die haben schon eine Visco. Ich bin mal eigentlich davon ausgegangen, dass die noch eine graue Lunte hätten. Also sind das wahrscheinlich... Das ist vielleicht eine Variante von denen mit... Der allerersten mit einer Visco. Enttäuscht mich ein bisschen. Ich habe gehofft, die hätten noch eine graue Lunte. Aber das macht eigentlich nichts. Nehmen wir mal eine raus. Ich kenne die eigentlich aus meiner Kindheit auch als dicke Brummer von Veko in Grün. Das Gelb gibt es heute auch noch. Allerdings sind die Feuerwerkskörper selber nicht mehr so schön bedruckt wie damals. Hier sind auch mal einzelne Daten. Nochmal Gebrauchsanweisungen. Klasse 1. Jungenfeuerwerk. Was macht dieses Ding? Es ist ein Bodenwirbel mit dreifach Farbwechsel von Silber, Rot und Grün. Brennen so an die 5, 6, 7 Sekunden. Haben mir mal unglaublich viel Spaß gemacht. Ich werde den jetzt aber nicht zünden. Ich werde die trotzdem aufheben. Eine Schachtel wird vielleicht einem Test zum Opfer fallen. Mal gucken. Jedenfalls gehört dieser, diese Schmuckstück zu meinen Lieblingsartikeln aus meiner Kindheit. Und mal sehen. Ihr könnt ja schreiben, wenn ich mal weitere Artikel vorstellen soll. Werde ich das bei Gelegenheit mal tun, wenn ich was in die Finger bekomme. Bis zum nächsten Video.